stell dir mal vor wir fliegen jetzt umher und dann finden wir die platte einfach so wir looten aber komplett ne ich mache jetzt hier keine halben sachen ich gehe nicht nur oben rein in die zwei kisten ich will ganz rein da war dies wir jede einzelne kiste gelootet haben das sind zwei bastionen oh hier ist die brücke da ist hier wahrscheinlich drunter dieser ludkerker oder wie der heißt ne wer macht mehr schaden sorry Leute ich will euch nichts sagen aber das ist es wir haben jetzt also ne ungelootete ja ne schatzraum sag ich ja ich bin einfach der profi geworden mittlerweile ich sag's euch dann gehen wir erst in den schatzraum ich mache jetzt hier keinen hack meck und mach hier erst mal dat und dann nur dat und dann da ne 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 direkt in die goldene kiste gucken da unten immer weg ja 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 schon ein bisschen angst weil ich jetzt krepieren weil wieder so peinlich sein dann muss spark wieder kommen so weißt du spart wieder der retter und schon wieder oh sebo ist schon wieder gestorben also nicht weil mir peinlich ist aber dass er mich halt schon wieder retten muss so geklärt hier ist keiner mehr von diesem und diesen schwarz t-shirt tragenden schwein das ist genauso spannend wie wie kühe beim scheißen zu gucken sei euch ganz ehrlich also jetzt gerade und gleich krieg auf schnauze und dann wird er spannend das genau das worauf ihr alle wartet da gleich irgendwie so 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 ein schwein kommt mich hier runter haut und ich sterbe und spark action hat da 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 ist die kiste nix aber wir gehen trotzdem rum vielleicht hängen die ja da irgendwie drin irgendwo im ersten korb haben wir es schon mal mit der träne brauche ich nicht brauche keine träne ich weiß sie sind wertvoll wahrscheinlich aber nicht für mich nämlich rich wir haben zwei stacks diamanten mittlerweile uns kann hier nichts mehr flashen das ist aber echt deprimierend wenn wenn so wenig nur an lud ist sage ich euch ehrlich als nur bis wirklich deprimieren wirklich also nicht die premier aber so richtig da macht mich du machst dir mühe rennst dir ein wolf fliegst durch ein netter weist nicht mehr zurück und dann am ende nichts zu bekommen verstehst du was ich mein alleine in in so einer bastion ist mehr luft anhalten als alles andere ich sag's euch wird ist also für mich jetzt der slow hier ist nichts mehr okay hier ist nichts wir müssen runter ach scheiße fluch des verschwindens aha netter ach so netter rittbahn ist das ach so kein kopf da nein nein gesaved alter gesaved gesaved ein bisschen spannung hier reinbringen ein bisschen muss ja muss ja muss ja ein bisschen content creator war extra als ob ich Leute als ob ich so doof bin und da runter springen glaubt ja so glaubt ja wohl selber nicht dieser sparrow phoenix left the game der ist schon mal rausgegangen hat er gar keinen bock drauf mir jetzt auch noch so scheiße zu helfen na gut dann gehen wir hier rein also das spiel wollte wohl dass wir jetzt hier durch gehen müssen wir tatsächlich aus weil so viel dreck habe ich gar nicht oder doch wir kommen hier wieder hoch ich weiß jetzt gar nicht was passiert ist gerade boah wisst ihr noch mein allererstes mal mine kraft und dann in der in der festung weil mich diese äh feuer spunkenden geistern ähm geister so genervt haben wisst ihr noch also für alle die hat äh mitbekommen haben zu der zeit ist schon etwas ist schon jahr her ist schon jahr her weil wir uns aufgeregt haben dass die so viel dass da so viele von sind und 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 oh where are we now oh baby can't you see can't you see where are we now entspann dich ein bisschen qualle heute keine zeit für dich qualle aber für dich dich werde ich vermissen mit meinem schwert in der luft mit meinem schwert in der luft das werde ich dir sagen ich werde dich sowas von zerstören die rache ist meine so die rache war meine weißt du ein bisschen mir ist es euch oh jetzt hat er ein das skelette hat ein Problem das skelette hat ein Problem das zeige ich euch ich will eine bastion ich will ausrasten da drin ich will pickstep pickstep für den für den spark of phoenix damit er die zurück bekommt Und die muss ich alleine bekommen. Die darf ich nicht mit Spark bekommen. Die muss er ja zurückbekommen. Versteht ihr, wie ich meine? Ich fliege jetzt einfach Richtung, keine Ahnung. Nein, ihr braucht Spark jetzt immer noch nicht nerven. Ich werde nach Hause kommen. Auch wenn das um drei Uhr nachts ist und ich so lange fliegen muss. Ich werde nach Hause kommen. Oder hier hin. Sonst noch Fragen? Ja, ich höre die Schweine da aber keuchen. Was will ich mal eben? Och, ich bin so dämlich. Ich bin so ein dämlicher Idiot, ne? Oh! Das war ein guter Trick. Das war geplant so. Ich weiß nämlich, dass sich diese Brutes genauso verhalten. Ein bisschen Schiss gerade. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie... Habe ich das Gefühl, dass ich gerade gleich hier richtig weggeholzt werde. Bitte, 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 bitte. Wir haben sie. Wir haben die verdammte Pix-Depp-Platte, Leute. Wir haben die verdammte Pix-Depp-Platte. Let's go. Let's fucking go. Wir haben sie. Wir haben sie. Wir haben sie eigenständig gefunden. Oha! Wild. Wir haben die fucking Pix-Depp-Platte, Leute. Wir haben sie. Wir haben sie einfach. Wir haben sie einfach. Wir gehen. Wir haben schon aufgegeben. Wir wollten zurück. Wir wollten zurück. finden random eine Bastion und finden darin eine Pix-Depp-Platte. Ich dreh durch. Wo ist die? Da. Ich sag mal so. Was willst du mehr? Was willst du mehr? Aber das... Wir wären jetzt bei der 2000 mehr. Wir wären jetzt gerade bei der 2000 mehr. Wir sind jetzt bei der 2000 mehr. Ich sag... ne Bastion. Ist das schon wieder ne Bastion? Ne Bastion? Oder ne Sebastian? Das ist ne Sebastian. Oh, der Typ ist heute schon wieder richtig fun. Das ist ne Sebastian. Und ne Qualle, die nervt. hallo entschuldigen sie bitte könnten sie bitte aufhören mich zu antagieren da ist schon eine kiste da habe ich schon eine kiste nervt nicht der saure sewo kackt einfach noch mehr rein ungelootet ja ungelootet easy verteidigt no one is fucked with sebo no one is fucking with sebo i tell you i tell you this every time genau genau g-time sagt immer elytra ne und und spark sagt elytra und wie heißt das jetzt in wirklichkeit elytra ok wisst ihr bescheid also nächstes mal wenn ihr mit euren nervt die oder ist jetzt oder danke elytra ok nächstes mal wenn ihr mit eurem body spielt oder so sagt man sagt man so ich habe leider meine elytra zuhause vergessen hast du noch welche dabei kommt gut glaubt mir vertraut mir da in der sache wissenswertes vom minecraft profi wenn er fragt von will ja könnt ihr ruhig meinen namen sagen wenn er fragt von wem sagt ihr von sie sie bastion den streamer sebastian weißt du wegen bastion und sebastian ist das hier ein anderer gang das ist eine ganz andere kiste aber kennst du ja kennst du ja wenn ich im fokus bin ist sie im fokus okay let's go let's go leute entwird jetzt gefährlich gefährlich schneid euch an da ist noch eine kiste chest of auch waa aua aua aaua aua aber wir haben auch schmerzen was Nummer 3 Nummer 3, Leute Wir haben Nummer 3, wir haben Nummer 3 Nummer 3, let's go Wir haben die dritte Pickstep-Platte, Leute Wir haben die dritte Pickstep-Platte Ne, kurz, ich bin jetzt bis zum ersten Ersten Bin ich hier Wir haben die dritte Pickstep-Platte Wir haben die dritte, Leute Wir haben die dritte Wir sind jetzt offiziell Ist mir scheißegal, ob es vorher schon jemand war Wir sind offiziell Der Pickstep-Master jetzt hier Wir finden die Pickstep-Platten wie Wie andere Leute Weizen Easy Alter Verwalter ey Da brennt dir aber einer weg Wisst ihr noch, als wir hier saßen Noch als kompletter Noob Und gesagt haben Boah, diese Platte möchten wir unbedingt haben Da waren wir noch oben Da haben wir das auf YouTube angemacht Haben wir gehört Haben wir über YouTube gehört Da weiß ich noch, wie einer im Chat schrieb Warum willst du dich spoilern lassen, wie die sich anhört Und die Da war uns direkt sympathisch Die Melodie War uns direkt sympathisch Ich hab jetzt die Die wieder zurückgegeben Also eine hab ich jetzt mal in der Hand drin Aber Die wollte ich dir auch zurückgeben Spark Sind das dieselben Kisten gewesen Die wir auch reingeguckt haben Nein, da waren neue Bastionen anscheinend Keine Ahnung Aber ich bin bis ganz unten Du meinst ein anderes Bastions-Design So rum Ne, da waren schon Ich glaub zwei Stück waren bei den Schweinen Hier Pick Ne, Hogwarts Wie heißt die Heglins Hogwarts oder Heglins Sehr gut Keine Ahnung Hast du Harry Potter geguckt? Dann nur den ersten Teil Okay, ich würde die anderen auch empfehlen Beziehungsweise das Buch zu lesen Aber dafür wirst du keine Zeit haben Ähm Ja Also Ne, mach ich nicht Sag einfach ne Ne, mach ich auch nichts Aber Spark Ich werd nicht lesen Sehr schön